Business Process Re-Engineering ist ein radikaler Ansatz zur Unternehmens-Transformation. Dabei kann natürlich auch ganz viel Porzellan zerschlagen werden und die Situation ist nachher schlechter als vorher. Was Business Process Re-Engineering wirklich ist und in welchen Situationen es das rettende Ufer sein kann, das klären wir in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Und etwas davor, im Jahr 1993, erschien das fundamentale Buch von Michael Hammer und James Jampy mit dem Titel Business Re-Engineering. Die Ideen und Konzepte, die ich Ihnen in diesem Video und mit Ihren Vorteilen, aber auch mit Ihren Nachteilen erläutere, waren und sind grundlegend für das, was heute modernes Prozessmanagement wirklich bedeuend ist. Also starten wir los. Das Fundament lag in diesem Buch. Business Re-Engineering ist ein Konzept, das sich an Unternehmen richtet, die in einer so verfahrenen Situation sind, dass eine kontinuierliche Verbesserung ihrer wichtigsten Kernprozesse zu lange dauern würde und zu kleine Effizienzgewinne am Anfang erst da wären, um zu überleben. Das heißt, dem Unternehmen ist bereits die Zeit weggelaufen, jetzt kommt noch ein radikaler Schnitt oder es ist eben aus. Es geht also um den großen Wurf, mit dem schlagartig ein Bewässerungsergebnis erzielt wird, dass das Unternehmen vor dem drohenden Tod durch Insolvenz bewahrt. Es gibt also nur eine Chance und wenn die verpasst wird, dann ist es aus. In dieser Situation sind die Unternehmen, die sich mit Business Process Re-Engineering gemäß Hammer und Jampy wirklich befinden. Und daher ist Business Re-Engineering ein radikales Konzept. Es geht tatsächlich an die Wurzel des Unternehmens. Was sind die Gestaltungsprinzipien von Business Re-Engineering? Mit Business Re-Engineering wird ein Kernprozess neu gedacht und keine Abteilung optimiert. Die Aufbauorganisation, also die Abteilungen, die Teams, die Bereiche sind nicht Ziel der Reorganisation. Das ist ganz wichtig und das wird auch in dem Buch mehrfach deutlich herausgearbeitet, dass es nicht um Abteilungen geht, sondern um Prozesse. An dem Kernprozess soll keine herkömmliche Effizienzsteigerung erreicht werden, sondern er muss um Größenordnungen leistungsfähiger werden. In dem Buch wird ein Beispiel von Ford genannt, bei dem ein Prozess um 20% effizienter werden sollte. Dann dachte das Management, da wäre schon viel geschafft. Die Manager fanden das als ein geeignetes Ziel, aber durch Business Re-Engineering wurde der Prozess von ehemals 500 beschäftigten Mitarbeitern in der Buchhaltung und danach nur noch von 125 geschafft. Ohne heraushängende Zunge, einfach nur durch Entbürokratisieren, durch Umstellen, durch Einbeziehen der Lieferanten und Ähnliches. Und das ist um Größenordnungen besser als die angestrebten 20%. Das dritte Prinzip ist voller Fokus auf die Kundenbedürfnisse. Es geht also beim Re-Engineering nicht darum, wie das intern über einen Prozess gedacht wird, sondern es wird konsequent aus der Sicht des Kunden gedacht. Was will der Kunde und welche Probleme des Kunden müssen tatsächlich gelöst werden und sonst nichts. Und na, das zählt. Das vierte Prinzip ist, es ist ein grüner Wiese-Ansatz. Ausgangspunkt ist also nicht, wie jetzt ein Prozess läuft, sondern wie es laufen sollte, wenn man von ganz von neu und von vorne anfangen würde. Wie sähe der optimale Prozess aus, wenn es keine der jetzigen Einschränkungen durch Formulare, durch Genehmigungsverfahren, durch bestehende Fabriken, durch Maschinen, durch Abteilungen, durch Verträge, durch Verhaltensweisen oder auch die Unternehmenskultur gäbe. Also wenn wir es wirklich anfangen würden, technokratisch auf der grünen Wiese einen neuen Prozess zu designen. Das fünfte Prinzip ist, die Nutzung der Informationstechnologie spielt da eine ganz, ganz zentrale Rolle. Da muss man aber aus der heutigen Sicht auch den Hinweis bringen, dass die IT und die Unterstützung von Ablaufen durch die EDV Anfang bis Mitte der 1990er Jahre völlig anders aussah als heute. Also ich würde nicht mehr von IT sprechen, sondern vielleicht von der Nutzung von Zukunftstechnologie. Denn aus der Zeit des Buches war schon eine zentrale Kundendatenbank revolutionär, was es heute durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Vollautomatisierung, individuelle Einzelproduktion beim Kunden oder Ähnliches entsprechen würde. Also eine zentrale Kundendatenbank hat heute jedes Kleinunternehmen in seinem wahren Wirtschaftsprogramm oder als CRM-System zum Beispiel. Das ist jetzt nichts wirklich der Bringer mehr. Sondern wir müssen darüber nachdenken, wie könnten wir eben solche Trends, die heute aktuell sind, tatsächlich eben nutzen, um eben diese radikalen Verbesserungen voranzubringen. Da könnte eben künstliche Intelligenz tatsächlich auch eine zentrale Rolle spielen. In den meisten Unternehmen sind Abteilungen mit den Führungskräften und den Mitarbeitern bekannte Einheiten. Die Prozesse hingegen sind oft wenig bekannt oder verstanden und sie sind im Verborgenen. Also sollten Prozesse einmal wirklich dokumentiert sein, dann sind sie aber oft über viele Bereiche verteilt und fragmentiert. Die wenigsten Prozesse werden nach Kennzahlen gesteuert. Das finde ich immer wieder in den Kundenunternehmen, wo ich unterwegs bin. Es gibt immer wieder nur, vielleicht ein Flowchart noch, aber tatsächlich, was sind Durchlaufzeiten, was sind Volumina, was sind Bearbeitungszeiten, machen die wenigsten. Und da hört man oft Aussagen wie, der Vertrieb muss reorganisiert werden, aber der Vertrieb als Abteilung, als Ansammlung von Mitarbeitern dort, der ist nicht das Problem, sondern der Vertriebsprozess ist das Problem. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Denken Sie also beim Business Process Reengineering nicht in Abteilungen, sondern immer in Ende-zu-Ende-Prozessen. Und die wichtigsten Ende-zu-Ende-Prozesse haben wir in diesem Video schon mal ausführlich vorgestellt. Schauen Sie mal mit rein, da kamen Sie ganz gute Erklärungen drin, wie die entsprechend aussehen können. Viele Manager im Unternehmen wollen die Standardisierung vorantreiben, weil sich davon eine Vereinfachung versprechen, aber allerdings sind solche Standards Kompromisse oft zu Vorgehensweisen, die besser segmentiert werden. Denken Sie mal an Formulare, die dafür benötigten Informationen, die ein Mitarbeiter oder ein Kunde ausfüllen muss. Formulare zu standardisieren ist ja prima, aber wenn sie zu den Hauptsegmenten passen, aber wenn das Formular mit allen möglichen Details überfrachtet wird, um auch noch für die letzte Ausnahme passend zu sein, dann haben Sie die Situation nur verschlimpessert. Wenn 80% der Vorfälle mit einem deutlich vereinfachten Formular und einem schlanken Vorgehen zurechtkämen, zum Beispiel weil die Wertgrößen nicht sonderlich groß sind und das dann der jeweilige Sachbearbeiter einfach selbst alles entscheiden kann und nicht immer zu seinem Vorgesetzten laufen muss, dann sollte das eben strikt von den 20% Sonderfälle getrennt werden. Dann haben Sie wenigstens für die 80% deutlich schnellere Durchlaufzeiten in Ihrem Prozess und sind sehr viel leistungsfähiger. Ein häufiger Kritikpunkt beim Business Re-Engineering ist ja, dass man beim Business Re-Engineering alles in seine atomaren Bestandteile zerlegt, ein bisschen umeinander rührt und dann neu zusammenbaut. Da gibt es also auch Videos auf YouTube, die das entsprechend so ansprechen. Dabei, so die Kritik, werden aber die Menschen und die Unternehmenskultur vernachlässigt. Die Unternehmenskultur wird in der Tat vernachlässigt, aber nicht, weil man sie vergessen hat, sondern eben ganz bewusst, weil es eben auch ganz häufig eben so diese Aussagen gibt. Das haben wir ja schon immer so gemacht und da kann die Unternehmenskultur auch oft ein Bremsklotz sein, wenn ich tatsächlich diesen grünen Wiese-Ansatz fahren muss, damit man Unternehmen wirklich überlebt. Also man muss da schon auch wirklich neu und groß denken und deswegen wird die Unternehmenskultur tatsächlich ein Stück weit ausgeblendet. Denn es kann auch wirklich echte Verbesserungen verhindern und da ist dann die Unternehmenskultur wirklich eine ungeordnete Rolle. Aber was die Menschen angeht, da kann ich die Kritik letztendlich an dem Konzept nicht so ganz verstehen, denn es ist ja gerade Kern des Business Re-Engineering konsequent, aus der Sicht der Kunden die Abläufe neu zu gestalten und Gestalter in dem Fall mit ihrer Expertise und ihren Ideen sind ja gerade die Mitarbeiter. Also auch in dem Buch wird wirklich mehrfach aufgegriffen, dass es dann immer Gestaltungskreise gibt, wo auf jeden Fall die Expertise von den Prozessexperten mit herangezogen wird, um Ideen zu generieren und entsprechend auszuarbeiten, wie die Dinge einfach besser laufen sollen. Das Thema Kommunikation nimmt auch im Buch einen sehr großen Raum ein, denn gerade die Vermittlung der Notwendigkeit und die neue Art des Arbeitens nach dem Re-Engineering ist wirklich essentiell, damit es gelingen kann. Also ich teile die Kritik an der Methodik nicht so sehr, aber ich kann verstehen, dass Business Re-Engineering oft mangelhaft durchgeführt wird und deshalb hinter den Erwartungen zurückbleibt. Also gerade wenn die Kommunikation, warum wir jetzt etwas radikal ändern müssen und warum es notwendig ist, dann diese neuen Vorgehensweisen zu tun, nicht gut kommuniziert wird, dann wird es wirklich schwer. Wie ist jetzt Ihre Meinung zum Business Re-Engineering? Haben Sie gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Schreiben Sie mir doch gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was Sie da wirklich zu dem Thema wirklich bewegt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.